Grundeinstellungen für Katalogdokumente Klar, wenn Sie ein neues Dokument anlegen, dann gehen Sie hier natürlich in den Bereich Neu und dann kommt hier dieses Dialogfenster, das wir uns jetzt kurz im Detail anschauen. Was praktisch ist, Sie können hier direkt sagen, ich brauche beispielsweise 20, 24, 16 oder 99 Seiten, dann legt Ihnen das hier Korreldor auf Wunsch an. Dann müssen Sie quasi nicht immer eine Seite hinzufügen, sondern haben quasi schon die Leerseiten am Start. Sie können aber auch ganz normal mit einstarten und dann jederzeit weitere Seiten hinzufügen. Ich finde es aber ziemlich praktisch, wenn man hier dann schon seine Seiten hat. Farbmodus, das ist für, wenn es um Druck geht, um die Druckausgabe, grundsätzlich mal 7YK, das heißt die Druckfarben. Wenn Sie jetzt sagen, Sie machen nur einen Blätterkatalog später, der nur Online-Smartphone oder App zu sehen ist, dann kann man hier direkt auf RGB gehen. Der Vorteil ist bei RGB, man hat natürlich ein bisschen mehr Spielraum bei der Farbe. Die Maße, die legen Sie so an, wie Sie es benötigen. Wir haben jetzt hier mal ein A4 eingestellt. Sie können hier aber auch auf dem Millimeter genau Ihr gewünschtes Seitenformat einstellen. Wenn es ein Sonderformat ist, zum Beispiel ist es überhaupt kein Thema, dann tippen Sie das hier einfach ein. Grundsätzlich empfehle ich, im sogenannten Netto-Format zu arbeiten. Das bedeutet das, was später sozusagen auch auf dem Tisch liegt, beziehungsweise im Web angezeigt wird. Man braucht ja, wenn man, gerade wenn es um den Druck geht, brauche ich ja immer ein bisschen Anschnitt drumherum. Das heißt, wenn in der Druckerei das Papier geschnitten wird, dann machen die das ja nicht immer 100% exakt und dass es keine Blitzer gibt, baut man ja immer ein bisschen Material drumherum. Und das heißt, nachher hat das Dokument zum Beispiel, wenn es drei Millimeter Anschnitt hat, haben wir dann 216 mal eben 303. Aber das kann man später im Exportdialog von Corridor festlegen. Das heißt, ich würde Ihnen empfehlen, arbeiten Sie im Netto-Format. Den Anschnitt oder Beschnitt oder die Beschnittzugabe, das sind diese unterschiedlichen Fachbegriffe, die machen Sie einfach später mit dazu. Dann kann man einfach hier besser arbeiten. Empfehle ich. Ausrichtung Hoch-Quer-Format ist auch klar. Auflösung 300 dpi würde ich auch so lassen. Das passt. Wobei Sie auch diesen Wert später in der Ausgabe nochmal ändern können, wenn Sie das möchten. Die Farbeinstellungen, die sind jetzt hier schon aufgeklappt. Die sind normalerweise zu. Hier lohnt es sich, einen Blick reinzuwerfen. Corridor bietet hier standardmäßig beim RGB-Profil das sRGB-Profil an. Das ist völlig in Ordnung. Das kann man lassen. Beim CMYK-Profil, da ist ein bisschen das, ich sage mal, antiquierte ISO-Coated V2 drin. Das ist so ein Druckstandard für den Offset-Druck. Der ist allerdings schon relativ alt. Ich empfehle hier, dass Sie hier auf den Coated Fogra 39 gehen. Da sieht man auch, der ist letztlich von 2004. Ist jetzt auch nicht mehr ganz taufrisch, aber schon deutlich aktueller. Und mit diesem Druckstandard können alle Druckereien umgehen. Und der Druckstandard hat den Vorteil, dass der Farbraum, das heißt die Brillanz der Farben und was geht an Farben, doch nochmal größer ist als ISO-Coated V2. Die Druckmaschinen sind ja auch viel besser geworden in den letzten Jahren. Und da haben Sie einfach mehr Spielraum. Druckergebnis kann brillanter werden. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall diese Flexibilität gönnen. Und ja, Graustufenprofil, Wiedergabeansicht, das können Sie alles lassen, wie es ist. Und dann gehen wir hier jetzt einfach mal auf OK. Und dann sieht man hier schon, ich habe jetzt die erste Seite, aber Coated Fogra hat mir hier standardmäßig jetzt schon, weil ich es eingestellt habe, insgesamt 20 leere Seiten hinzugefügt. Und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr praktische Sache. Was wir jetzt noch machen können, und zwar im Katalog-Business haben wir immer eigentlich diese klassische Doppelseite. Und das ist natürlich hier ein bisschen schwer zu gestalten, wenn wir hier Seite 4, 5 haben. Das ist jeweils eine Einzelseite, das heißt, dieses übergreifende Gesamtkunstwerk kann ich hier nur sehr, sehr schwer erstellen. Aus diesem Grund gibt es in CorelDRAW die Möglichkeit, mir auch Doppelseiten anzeigen zu lassen. Und das mache ich mal kurz hier. Das funktioniert über Layout und Seitenlayout. Hier sehen Sie schon ganz prominent, Doppelseiten anzeigen lassen. Wenn das aktiviert ist, da zeigt uns CorelDRAW, wird es eben auf einer Seite zusammengefügt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann habe ich hier meine Doppelseite. und habe die Möglichkeit, eben wirklich übergreifend eine Gestaltung zu machen. Klar, die erste Seite ist einzeln und dann geht es eben Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter fort. Das ist, und das ist ganz wichtig zu wissen, nur eine Ansicht. Das heißt, ich kann diese Ansicht jederzeit wieder zurücksetzen über hier dieses Seitenlayout-Menü und habe dann wieder meine Einzelseiten. Da passiert ihrem Layout letztlich nichts. Ich finde, nutzen Sie das, um Ihren Katalog zu gestalten, weil dadurch ist einfach Konsistenz für immer eine Doppelseite gewährt. Was vielleicht noch ganz spannend ist, ist bei den Dokumenteneinstellungen, was ich vorhin gesagt habe mit dem sogenannten Beschnitt. In CorelDRAW heißt es auch Randanschnitt. Der ist hier standardmäßig auf 4, das heißt 4 mm eingestellt. 3 mm ist ein Standard, da müssen Sie sich aber eigentlich eher bei Ihrem Druckdienstleister dann erkundigen, wie viel Anschnitt er braucht. Und ich würde auch sagen, Randanschnittsbereich anzeigen lassen. Wenn Sie das machen, dann zeigt Ihnen CorelDRAW nämlich später den Anschnitt auch wunderbar an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 32, 31, 32, 31, 32, 32, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 Untertitelung des ZDF, 2020